eine wundervolle Aussicht über die Täler der Maas und der Jäger genießen. Enzi hat auf der Obserbanthalde und in den neu eingerichteten Teilen ihrer Grube über 100.000 Bäume und Stauben angepflanzt. In der Grube selbst wird ein sogenannter Mergelsee mit einer Fläche von 60 Hektar entstehen. Die gesamte Grube wird, nachdem die Mergelfinnen eingestellt werden wird, ein besonders schönes Naturgebiet sein, in dem noch mehr schöne Spazierwege ausgesteckt werden, als es jetzt bereits gibt.